Jetzt ist das Star Wars Battlefront 1 Diese VR-Mission werde ich bald mal starten, wenn ich eine Playstation-Dingens habe. Ich habe vergessen, wie das heißt, die Playstation-VR-Kamera. So, wir werden auch erst gleich mal mit Totem und Todesstern beginnen. Boah, das Spiel von das Jedi von Order, das ist ja echt geil gewesen. Oh ja, gleich mal. Gefecht. Ich habe es irgendwie verloren, das ist ja geil. Ich glaube, ich spiele das nochmal durch mit dem Stream. Ich habe aber nicht so viel gebraucht, wie viele andere, also das hieß ja 30 Stunden, genau das. Das Game ist jetzt durchaus sicher weniger gebraucht, oder? Na ja, der braucht halt anders lange. Ich mache Ione an, und was passiert das da? Ehre. Ich mache es jetzt schon mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Einen Moment. Einen Moment. Einen Moment. Okay, 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 ich bin wieder da, bin wieder da, ja, ohne behalten, ich habe diskutiert, jetzt ist der Pause, wunderbar. Ja, ich habe zu viel zum Thema nicht. Okay. Okay. Ja, ich fand den Endkampf mit dem Staffelder eben voll geil. Oh, da werde ich gefickt, huuuh, ich wollte schon auf Abfucker machen, so Leute, Gott, mal, ich habe nur die Pistole, die kann ich als Sniper machen, die kann ich als Ion-Modus machen und die kann ich als Gewehrmodus machen und ich kann die als Pistole benutzen, voll geil. Scheiße. Hallo, Jason. Na, was geht ab, Jason? Jetzt habt ihr mir den... Deine Wexgurke! Ja, dann sage ich, du bist. Kommst du auch mal an? Ich bin abgeschossen. Ja, okay, also kommst du auch, ne? Ja, das ist der Fall von 1. Falls du weißt, was das so ist. Ja, er schießt nicht mehr. Was? Ja, Maara. Echt, das würde von allen mir jeden Fall Spaß gemacht. das ist ein echt geiles spiel nein du arschloch nein nein ja achso ähm battle von 2 hast du ne hast du battle von 2 boah bin ich dumm oh das ist ne die koppel von 1 warte ich tue kurz da muss ich aber noch mal alter kleiner spacko ok ja ich weiß ok leute ich tue mal kurz das spiel wieder ändern heißt nochmal noch ins ziel machen und bla 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 also gut dann bis gleich tsch tut habe ich definitely bis 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 con bis bis